Liebe Freundinnen und Freunde, auch von mir ein herzliches Willkommen zu ÖG Wien Landes Jugendkonferenz unter dem Motto Kämpferisch als je zuvor. Und jetzt steht's einmal auf und macht's ein bisschen Lärm. Ihr seid so viele Leute heute da. Wir sind Kämpferisch als je zuvor. Zeigt's mir, was wir sind! Jawoll! Unser Job besteht darin, Menschen zu organisieren, Menschen zusammenzubringen, Solidarität zu leben. Ihr alle seid diese Bewegung. Ihr alle macht diese Bewegung tatsächlich zur geilsten Organisation in ganz Österreich. Und dafür möchte ich euch einfach danken. Danke, dass euch nicht wurscht ist, wie es den jungen Menschen in unserem Land geht. Danke, dass ihr nicht wegschaut. Danke, dass ihr euch engagiert. Bleibt weiterhin so mutig. Bleibt weiterhin so motiviert. Bitte macht's so weiter. Ein Rudel ist immer so stark wie das schwächste Glied. Danke für euer Kommen. Danke für die Mitbestimmung. Ich hoffe, wir haben in Zukunft eine geile Zeit. Bitte behalt es bei, dass man da wirklich Sachen hinterfragt, dass man kämpferisch bleibt und auch eben unseren Fokus auf die Gewehrschutzarbeit legen. Danke nochmal.